Herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Wir stehen unter Beschuss. Utkach steht unter Artillerie-Beschuss. Wir müssen auf jeden Fall hier Banane machen jetzt. Oh, der Schuhegriff, das regt mich auf. So. Wir müssen auf die Map schauen. Utkach wird beschossen mit Artillerie. Da müssen wir auf jeden Fall schleunigst hin. Da oben. Beeilung, Beeilung. Wir haben noch 800 Meter. Das müssen wir aufhalten. Juhu, Bitch. Da warst du tot, warst du da. Au. Schön rum hier. Okay, okay, okay. Wie weit haben wir es noch? 500 Meter. Wir müssen uns echt beeilen. Oh, holy moly, holy moly, holy moly, holy moly, holy moly. Aufpassen. Okay, wir sind gleich da. Okay, den haben wir erwischt auf jeden Fall. 300 Meter. Shit, 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 shit. Feuerkraft ein, mit dem Hub und Kraft ist das ja problemlos möglich. Nur nicht ein Baum. Nur kein Baum, nur kein Baum. 160 Meter, alles wird gut. Holy moly, holy moly, holy moly. Einmal aussteigen. Danke für die Mitte. Ich nehme in ein paar Männer und greife die Artilleriestellungen von Utkach an. Mach ich. Du musst so lange durchhalten. Wo sind die Artilleriestellungen? Wo sind die Artilleriestell... Ich suche nach Überlebenden. Mach ich. Muss hier oben rein. Muss ich nicht. Doch, da. Ja, doch. Ich beschütze euch. Bleibt einfach drin und bewegt euch nicht. Ich wollte mein Haus vergrößern und hab bei der Gare Bauchhäuser. Überall Munition. Überall Munition. Munition ist gut. Munition ist ja gut. Oh, scheiße. Was soll ich jetzt machen? Verstärkung kommt. Verstärkung? Wartet mal. Schützenhilfe rufen. Wir rufen Schützenhilfe. Warum kann ich die nicht rufen? Geht nicht bei der Rästigung wahrscheinlich. Da, 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 da sind sie. Es kommen noch mehr Soldaten. Okay, okay, okay. Hinter mir. Okay, die müssen wir alle auslöschen, auslöschen. Niemand greift hier irgendwen an. Da sind die Sacken sicher. Warte, 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 warte. Da ist er. Hey, 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 Freundchen. Okay. Da kommt noch mehr. Nice. Wat, 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 wat? Was war das? Achso, ne Granate. Da ist tot. Sehr gut. Ich kann keine Schützenhilfe rufen. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn ich arsch bin. Noch irgendwo? AJ, gleich schlägt die Artillerie ein. Sucht dir Deckung. Oh, super. Die Deckung. Das ist die Artillerie. Artillerie, Entdeckung. Alter, schlägt der. Wat? Wo sollte ich mir jetzt Deckung suchen? Och, ne, oder? Ernsthaft? Naja, dann. Ich kenne doch euren Job. Wir greifen von Osten aus an. Sie greifen von Osten an. Aber von wo? Okay, den haben wir auch. Das ist einfach so geil, das Maschinengewehr. Das ist einfach so episch. Einfach nur weg im Metzl. Okay, nice. Noch jemand ohne Fahrschein? Keiner? Gut. Ich glaube, es kommt Artillerie, ne? Die Kiste noch fix holen. Okay, was ist jetzt mit Artillerie? Kommt da noch was oder nicht? Oder wie? Oder was? Oder war ich einfach zu schnell? Hab ich wieder zu schnell an, ausgeschaltet. Wollen wir dasselbe. So, warten du. Hallo? Hey, gleich schlägt die Artillerie ein. Sucht ihr Deckung. In Deckung. Das ist die Artillerie. Ah, okay. Okay, okay, okay. So, ich hoffe mal, hier bin ich sicher diesmal. Aua, aua, aua. Wir machen doch alles kaputt. Okay, nice. So, noch jemand? Wir haben eine Artillerie-Stellung ausgeschaltet. Aber zwei sind noch übrig. Die nächste wird bald das Feuer eröffnen. Pass gut auf. Ich könnte ja auch mal einen ausschalten, aber... Von wo diesmal? Wieder von dort? Och, sei langweilig. Sie greifen von Osten an! Oh! Anstatt. La, 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 la. Oh, der Fallscher. Das ist so doof. Wir schützen das Haus. Welches Haus? Welches Haus? Wo ist das? 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 Weg 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 Das waren Kortschuld, Jungs. Okay, alles klar. Kommt bestimmt wieder Artillerie. Komm, gib mehr. Gib mehr mehr. Gib mehr mehr. Wir brauchen mehr Gegner. Wir brauchen echte Gegner. Hallo? Ich bin nicht dafür, dass es sicher ist. Bespricht. Der Weg zu dem Blatt, das wird lokalisiert. Los. 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 Rücken vor. Ich bin zu dir. Ach. Arterie hat gefeuert. Die Indeckung. Arterie. Achter. Arterie. Arterie. Köpfe runter. Shit, 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 shit. Feind gesichtet. Wo denn? Mal sehen wie loyal du bist. Ich werde die Kassel verbrücken. Ich werde die Kassel verbrücken. Hoh. Hoh. Ein Scharschläder. Tja, die waren nicht schnell genug. Ich schon. Ziemlich aufregend hier. Okay, jetzt müssen sie aber mal wieder eine Artillerie... Die zweite Artilleriestellung ist erledigt. Ja. Nur noch eine. Ja. Wir werden sie nicht erreichen, bevor sie Utkarsch weiter beschießen. Okay. Seid darauf gefasst. Ja. Wir haben sie abgewährt. Bereite dich auf die nächste Welle vor. Lass mich raten. Sie kommen von Osten? Ich bin hier hoch. Ich muss hier hochkommen, oder? Ey, scheiße. Westen! Sie kommen von Westen! Wo ist die andere Seite? Ne, warte mal. Das ist nicht die andere Seite. Wo ist denn das? Westen? Norden? Eigentlich dort. Doch da hinten. Kürzern. Da! Boah, sie schaffen einen zu verschießen? Ne? Gut. Was ist denn erstmal wieder hier drüben? Oh, hier brennt's. Weg da! Äh, wo ist der? Hä? Norden, die kommen von Norden! Von Norden. Hier ist noch einer, den muss ich noch schnell umringen. Norden, Norden, Norden. Das ist aber auch. Sind alle so schlecht? Oh, shit. Wo denn? Fuck! In Deckung! Ah! Oh Gott. Ui, das war knapp. Das war knapp. Ah, ich bin in Deckung. Ihr seid nicht in Deckung. Ich bin in Deckung. Wir sind verraten. Nicht rausgehen am besten. So, letzte Artillerie jetzt aber ausgeschaltet, oder? Muss ja langsam mal gut sein. Das war's. Guten Tag! Die letzte Artillerie ist zerstört. Nice. Die Luft ist rein. Woodcash ist sicher. Was davon übrig ist. Badra ist in Sicherheit und nur das zählt. Solange sie lebt, haben die Menschen Hoffnung, Bruder. Ich muss allen zeigen, dass dieses Opfer nicht umsonst war. Sehr schön. Missione beendet. Wie nice, wie nice, wie nice, wie nice. So, wir müssen wahrscheinlich mal Fähigkeiten gucken. Wie viele Fähigkeiten haben wir denn hier? 15. Ei, ei, ei. Befreit zwei Außenposten, um entdeckt zu werden. Oh. Was? Außenposten haben wir... Okay. So. Neue Saval-Mission. Wo denn? Da. Können wir eigentlich direkt hier Schnellreise hin machen, oder? So. Müssten wir vielleicht noch die anderen Außenposten einnehmen. Was sind denn die hier? Da ist noch einer. Okay. 700 Meter. Ich überleg' gerade. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Naja, eigentlich haben wir auch keine Zeit mehr. Ob ich das jetzt noch schnell mache hier? Den einen Außenposten noch schnell einnehmen. Komm, das machen wir noch schnell. Watt, 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 watt. Alter, was geht mit ihr ab? Ist aber gut. Da drüben ist der. Ey, wie behindert, Alter. Wie dumm ist das denn bitte? Das ist doch so ein Blödsinn. Ey, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber das checke ich nicht so was. Das ist mir echt zu hoch. Das tun sie zwar schnell nicht, aber diesmal wurde mir wohl gewarnt. Ist ja nicht irgendwie ein Auto oder sowas. Oh, ist doch ätzend. Irgendeine Kache zum rumfahren? Gar nichts. Hier, kommt doch was. Halt mal an. Hallo. Oh, Gott, Alter. Scheiße. Ich hab grad das Öl gewechselt. Ja, das ist jetzt dein Problem. So, komm, fahren wir noch schnell zu dem Außenposten, holen den noch fix. Und dann. Komische Steinböcke. Ups. Ab hier lang? Sicher? Okay. Das Navi da sagt. So, fix den einen Außenposten noch. Und wenn wir den haben, dann... Fangen wir gleich am Weg. Macht aber nichts. Das Plakat. Töten wir den Leutnern der Royal Army. Das können wir noch mal schnell. So, tot. Dann werden wir das Fahrzeug gleich nehmen. Guten Tag. So, weiter geht's. Au, Junge in your face. So geil. Au. Au. So, ich bin mal gespannt in einen Außenposten. Müssen zwei Stück unentdeckt holen. Aber wir haben doch schon mal unentdeckt einen eingenommen. Ich hab da mit Tico schon unentdeckt einen eingenommen. So, jetzt fahren wir auf jeden Fall direkt drauf zu. Sieht so aus, als würde Sabal den Beliebtheitswettbewerb beim goldenen Pfad gewinnen. Ich bin ehrlich überrascht, das zu hören. Wisst ihr, ich dachte, Amina hätte den mit ihrer Vision von Geldsägen durch Drogen verkauft schon in der Tasche. Sabal dagegen setzt auf traditionelle Werte. Und? Was hat die Religion hier für dieses Land getan? Das große Wort ist. Okay? Die Region baut keine Stadt. So, schauen wir doch mal. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt lautlos unbedingt hinkriege oder ob ich es überhaupt lautlos machen will. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Da ist ein Alarm. Okay. Da ist alle. Mach sie kalt! 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 Okay, entdeckten Gruppen sind wir schonmal. Das ist schonmal scheiße. Aber kein Problem. Und einen Alarm haben sie auch gerufen. Sehr gut. Wo denn? Da! Das ist kaputt. Das ist aber hier drüben. Muss noch einer sein. Hier. Das ist auch kaputt. Nice. Das wird weh tun! Mit mir auf! Oh, mein Gott! 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 Und jetzt, als nächstes, machen wir es auf Eismissionen. Aber das Ganze aus dem nächsten Part. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder. Bis... Au! Bis dahin! Euer Maggie! Tschüssi! Tschüssi!